So und hier sind wir auch gleich beim nächsten Stand. Das ist der Pavillo. Hier läuft nämlich die ganze Musik ab für den heutigen Abend. Das fünfte Kulinarse Sommernachtsfest in Ludwigswingel. Neben mir habe ich Hansjörg und Thomas. Ihr seid hier schon seit einigen Jahren am Start. Wie macht es hier Spaß in Ludwigswingel? Ein gutes Sommer ist für uns eigentlich immer ein Highlight hier in Ludwigswingel Musik zu machen. Es ist einfach fantastisch hier. Die Leute sind super drauf. Das Essen ist fantastisch. Also uns macht es eigentlich immer Spaß. Es sind ja einige hundert Leute hier heute Abend anwesend. Ich denke mal, es geht so knapp in die Tausende rein. Was habt ihr an neue Titel dabei heute Abend? Gibt es was Neues? Ja, mit Toni Marschall zum Beispiel. Ich sage mal, aktuelle Chartstitel sind dabei. Daniel Schumacher ist mit dabei. Also eigentlich ist alles querbeet. Von Michael Schumacher auch was dabei? Nein, nein. Das war die große RP1-Frage in letzter Zeit. Wir leben von der Cruisebox. Das heißt, du dürft Leute grüßen. Leg los. Ich grüße auf alle Dinge meine Frau und meine Kinder. Und natürlich grüße ich auch meine Frau. Natürlich alle Fans, die heute Abend extra bereit gekommen sind, welche uns. Also es ist einfach fantastisch. Jawohl. Euch noch viel Spaß und haut in die Taste und du ins Mikro noch mit. Okay, danke schön. Tschüss. 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 Tschüss.